Das Hotel Elika liegt in Cesme in türkische Ägäis. Das Hotel Elika ist beliebt unter den Gästen. 80% empfehlen das Hotel weiter. 68 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,8 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. Gastronomie Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,4 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Hotel Allgemein Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5,1 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5 von 6 Sonnen. Zimmer Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,9 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme Ein gutes Sport und Unterhaltsprogramm hält dieses Hotel für seine Gäste bereit. Insgesamt erhält das Hotel 4,7 von 6 Sonnen in dieser Kategorie. Service 4,6 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wider. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.